Einen wunderschönen guten Tag auf dem TraderLive-Kanal und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute in diesem Video geht es darum, warum die meisten Trader scheitern. Das ist natürlich ein Like und ein Abo da für den maximalen Support und wir starten direkt rein. Der erste große Punkt meiner Meinung nach ist einfach, dass die meisten Trader einfach ein zu kleines Konto haben. Wenn du ein zu kleines Konto hast, dann kannst du halt auch nicht so viel erwarten. Warum kannst du nicht so viel erwarten, liegt einfach daran, dass viele Leute denken, dass sie mit einem 1000-Euro-Konto konstant täglich 100 Euro zum Beispiel machen. Aber ihr müsst euch das Ganze vorstellen von 1000 Euro, 100 Euro sind 10%. Es gibt keine Trader, die konstant täglich 10% machen. Es sei ein bisschen realistisch und ich möchte hier nicht die ganzen Träume zerstören, aber 1-2% im Monat, das ist deutlich realistischer anstelle 10% pro Tag. Und da gibt es natürlich bestimmt außen ein paar Leute, die sagen, hey, ich habe schon mal 100% gemacht, ich habe schon mal 1000 Euro verdoppelt. Aber das hatte in meinen Augen nichts mit Trading zu tun. Das hat was einfach mit Gamblen zu tun. Das ist ein Gamble-Ansatz und das kann mal funktionieren, aber so schnell es, wie es nach oben geht, kann es auch nach unten gehen. Und deswegen bin ich halt der Meinung, wenn ihr professionell traden lernen wollt, dann braucht ihr dafür Zeit und das gewisse Kapital. Das heißt, es ist ein langer Prozess und ihr könnt halt einfach nicht von heute auf morgen reich werden. Und deswegen möchte ich natürlich nicht hier die Träume zerstören. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen, die schaffen von 1000 Euro auf eine Million. Solche Fälle gibt es natürlich auch, aber sowas kann eigentlich keiner nachmachen oder beziehungsweise passiert sowas sehr, sehr selten. Und natürlich auch, wie kann man denn aus diesem Hamsterrad in Anführungszeichen rauskommen? Und da gibt es halt einfach mittlerweile diese Möglichkeit mit dem Thema Prop Trading. Das heißt, wenn wir nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dann ist Prop Trading wirklich ein sehr großer Hebel, was uns ermöglicht, an Kapital zu kommen und von dem wir natürlich auch besser profitieren können. Aber zuallererst müssen wir meiner Meinung nach logischerweise Trading erstmal meistern, bevor wir da hingehen können. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die meisten Leute haben überhaupt keine Erfahrung und denken, sie könnten innerhalb kürzester Zeit das Trading erlernen. Zum Beispiel in drei Monaten oder vielleicht in sechs Monaten. Aber das ist überhaupt keine Zeit. Das ist überhaupt gar nichts. Warum ist das gar nichts? Liegt einfach daran, dass eine typische Ausbildung fast in jedem Beruf dauert drei Jahre. Wenn du Pilot werden möchtest, das dauert vielleicht fünf Jahre. Wenn du Arzt werden möchtest, vielleicht sieben Jahre. Es gibt logischerweise verschiedene Zeiten bei einem Beruf. Und nur weil die Hürde im Trading so klein ist, heißt das nicht, dass es schneller geht. Sondern das Problem ist, die Hürden sind einfach viel zu klein und jeder denkt, er könnte innerhalb eines Monats profitabel werden und let's go. Aber wenn es so einfach wäre, wäre jeder erfolgreich. Und Trading dauert genauso lang. Es gibt Leute, das sind Ausnahmen, die schaffen es in einem Jahr. Dann gibt es Leute, die brauchen fünf Jahre. Es gibt Leute, die schaffen erst profitabel zu werden nach 15 Jahren. Ich persönlich sage, wenn du in 15 Jahren immer noch nicht profitabel bist, dann sollte man das auf jeden Fall lieber sein lassen. Aber es gibt natürlich extreme Beispiele dafür auch. Aber Trading ist ein Prozess und wir brauchen eine realistische Zeit, um das Ganze zu lernen. Weil das ist eine Fähigkeit, das ist ein Skill. Genauso wie wenn wir ein Flugzeug fliegen. Ich nehme mir mal dieses Beispiel mit dem Pilot. Der braucht ja natürlich auch eine gewisse Zeit, um diesen Skill auszuprägen. Und das Gleiche ist im Trading genauso. Das müssen wir erst mal lernen. Wie kann man das lernen? Natürlich immer am besten über einen Mentor. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Alleine wird schwierig. Ihr könnt es mal alleine probieren. Da werdet ihr sehr viel Geld verbrennen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar haben die meisten keinen richtigen Ansatz. Das heißt, es fehlt beispielsweise die Strategie. Sie traden komplett planlos. Sie schalten einfach ihren PC an und denken, okay, jetzt habe ich Zeit um 16.30 Uhr und trade irgendwas zusammen. Aber wenn ihr da irgendwas zusammentradet, ihr spielt gegen die besten Player am Markt. Die bereiten sich vor. Die wissen, wie der Markt mehr funktioniert. Was bringt es, wenn man um 16.30 Uhr seinen PC anmacht und probiert aufkrampft, irgendwas zusammenzutraden? Macht überhaupt keinen Sinn. Auch ohne Strategie macht das für mich keinen Trader aus. Da seid ihr einfach Anfänger. Ein Profi bereitet sich auf einen Trading-Tag vor. Hat ein gewisses Setup, führt dieses Setup aus. Dahinter stehen vielleicht Analytiker. Vielleicht ist dahinter noch ein Team. Aber ihr spielt gegen die besten der besten. Und deswegen müsst ihr euch auch mit Profis messen. Und Anfänger können vielleicht in der Anfangsphase mal profitabel sein. Aber irgendwann, nach ein, zwei Monaten, habt ihr einfach keine Glückssträne mehr. Und dann fängt das harte Trading an. Und deswegen lieber konstant das Trading richtig lernen. Mit einem richtigen Ansatz, der auch funktioniert. Ich persönlich, ich halte gar nichts von technischen Ansätzen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, ich trade ICT und trade die ganze Zeit seine Einhorn-Strategie oder sowas. Aber das sind doch alles technische Ansätze nach Kerzenformationen. Wenn ihr zum Beispiel eine Kerzenformation habt und ihr geht dann deswegen rein, dahinter steckt doch viel mehr. Ihr müsst wissen, warum der Markt bewegt wird. Warum wird der Markt bewegt? Der Markt wird reguliert durch Angebot und Nachfrage. Und was versteckt sich dahinter? Fundamentale Daten. Zum Beispiel, wenn wir das beste Beispiel haben, der türkische Lira. Justi zum türkischen Lira. Ist jahrelang komplett kerzengerade gefüllt gestiegen. Weil die Inflation extrem einschlägt in der Türkei. Da gibt es einfach, diese Währung ist einfach nicht mehr gut. Und wenn ihr nur nach Kerzenformationen handelt und gar nicht diese fundamentalen Daten dahinter beachtet, dann wird es dauerhaft nichts werden. Weil ein technischer Ansatz ist in meinen Augen einfach nur 50-50. Geht das jetzt auf? Geht jetzt der doppelte Boden auf? Geht das Double Top auf? Das ist in meinen Augen einfach Quatsch. Weil der Markt wird nicht bewegt, weil ein Doppelboden entsteht oder weil eine Trendlinie gebrochen wird. Sondern wir müssen verstehen, was dahinter einfach stattfindet. Und einen fundamentalen Trading-Stil zu haben, kann einfach deutlich langfristig zum Erfolg führen. Natürlich ist Markttechnik, sowohl auch Markterfahrung auch sehr, sehr wichtig für Einstiege und so weiter. Aber wir möchten mit der Gesamtrichtung traden und nicht dagegen. Weil wir haben einen statistischen Nachteil, wenn wir einfach irgendwie 50-50 was zusammentraden. Und würde ein technischer Ansatz funktionieren, dann wäre jeder EA ja profitabel. Da könnt ihr ja einfach einen Roboter erstellen, der einfach stumpf diese Strategie uptradet. Aber glaubt mir, es wird da außen auf dem freien Markt keinen Roboter geben, der konstant zum Beispiel 5% im Monat macht. Weil würde es da einen Bot geben, da würde ich Millionen von Dollar reinpacken. Und dann wäre ich wahrscheinlich schon Multimillionär und Milliardär. So, und dann gehen wir zum weiteren Punkt. Und das wäre beispielsweise zu hohe Erwartungen. Die meisten Trader scheitern, weil sie einfach zu hohe Erwartungen haben. Sie haben nur ein kleines Kontor, aber erwarten 100% im Monat. Das ist totaler Quatsch. Ihr müsst realistisch sein. Und wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, dann braucht ihr mehr Kapitalisierung, mehr Geld. Das heißt, mehr Eigenkapital oder mehr Fremdkapital. Ihr könnt entscheiden, wenn ihr Möglichkeiten habt oder vielleicht viel Geld habt, dann braucht ihr vielleicht gar nicht ins Prop Trading rein, sondern könnt mit Eigenkapital auch sehr gut profitieren. Aber ihr müsst ein bisschen mehr im Prozenten, meiner Meinung nach, denken. Und wenn ihr auch der Meinung seid, 1% ist realistisch im Monat und ihr wollt davon leben, dann braucht ihr vielleicht auf der hohen Kante 500.000. Nur als Beispiel. Und es gibt auch eine gewisse Statistik, die auch sagt, dass die meisten profitablen Trader im privaten Sektor eine Kontogröße zwischen 60.000 und 120.000 Euro haben. Alle Leute, die weniger Geld haben als das, die sind eigentlich nicht profitabel. Das sind Broker-Statistiken. Und ich habe auch mal solche Insights mal gesehen und bekommen. Also ich habe da auch verschiedene Connection dafür. Und deswegen kann ich auch davon sprechen. Und deswegen ist für mich essentiell, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, dann braucht ihr auch mehr Kapital, Eigenkapital oder Fremdkapital. Und dann geht ihr auch trotzdem nur für kleinere Prozentzahlen. Weil es geht nicht darum, sein Risiko zu erhöhen, sondern es geht einfach darum, sein Kapital zu erhöhen. Und das Risiko bleibt gleich prozentual. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, der nachhaltig zum Erfolg führt. Weil die meisten Leute, die zu viel riskieren, 10%, 15% pro Trade oder Sonstiges, irgendwann fährt ihr das Ganze gegen die Wand. Und deswegen bin ich der Meinung, macht lieber langsam, lernt das gescheit und dann werdet ihr zum Erfolg kommen. Irgendwann schlägt der Erfolg ein und es kommt nicht von heute auf morgen. Aber wenn ihr jeden Tag am Ball seid, Gas gibt und wirklich auch Trading konstant lernt, dann kommt ihr zum Erfolg. Und ich glaube, das unterscheidet schon 99% der ganzen Trader hier. Wenn wir zum fünften Punkt kommen, und das ist eigentlich in Verbindung zum vierten Punkt, das Ganze ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Erfolg kommt nicht von heute auf morgen, wie beschrieben. Und deswegen ist für mich einfach essentiell, Abzeit, und schaut nicht ganze Zeit aufs Geld. Wenn ihr nur in Geldwerten denkt, dann kommt ihr einfach nicht weiter. Ich finde, das Geld kommt immer von alleine, wenn ihr gar nicht mehr dran denkt. Und deswegen langsam aufbauen und natürlich auch für das Kapital erst mal aktiv arbeiten. Die meisten sprechen immer von Passive Income, von passiven Einkommen, aber möchten am besten nie aktiv dafür arbeiten. Ich persönlich hatte kein Geld. Ich persönlich musste mir alles von Null aufarbeiten und deswegen musste ich natürlich auch aktiv arbeiten und mir auch eine Ausbildung suchen, um erst mal Eigenkapital zu sparen. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich musste mich hocharbeiten, ich musste Eigenkapital aufstocken und die meisten Leute reden da immer von passiven Einkommen, aber das bringt erst mal nichts. Ihr müsst erst mal ein Konto aufbauen. Nehmen wir an, ich persönlich sage immer, ihr braucht eine gewisse Basis und wenn ihr dann eine Basis habt, dann müsst ihr als Unternehmer agieren. Also wirklich auch denken wir ein Unternehmer. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich investiere 5000 Euro in Prop Trading Challenges, dann solltet ihr auch ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben. Aber ihr müsst natürlich damit rechnen, dass es immer ein Investment gibt, weil nur der, der riskiert, kann am Ende auch gewinnen. Viele Leute möchten immer sehr, sehr viel Geld verdienen, aber möchten nichts riskieren. So kommt ihr nicht zum Erfolg. Wir sind Risikomanager, das heißt, wir müssen auch mit dem Risiko umgehen. Und natürlich ist uns bewusst, dass wenn wir zum Beispiel Möglichkeiten haben, einen Trade-Break-Even zu ziehen und so weiter, dann machen wir das auch. Unser Ziel ist es, erst mal profitabel zu werden beziehungsweise Break-Even zu werden und alles, was danach kommt, das ist unser Gehalt, für das machen wir eben Trading und der Erfolg wird kommen, aber es ist ein langer Prozess und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann sieht man sich im nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann. Bis dann.